Ah, sehr gut. Sag mal, wie heißt sie? Monster Diesel. Und der Fahrer? Das ist der Erik. Das ist der Erik. Hallo, ist der im Netz. Schubi, gehen wir mal ein bisschen rum. Warte, das ist der Franzl. Genau. So, wie heißt sie? So, wie ist die Erdbeen? So, wie ist das? So, wie ist das? So, wie ist das?